joo und was geht herzlich willkommen wieder zurück zu einem erneuten video mit gta 3 ich hoffe dir geht's gut da ist mein heißer schlitten effekt auch noch mal geil so wir haben gestern die erste folge von gta 3 rausgebracht wir sind direkt wieder auf dem weg zu eluigi wer es verpasst hat holy moly ich kann es nur empfehlen guckt euch gerne die erste folge an werde ich hier euch oben rechts auf das i verlinken gerne draufklicken dann verpasst ihr nichts weiteres und wir gehen direkt weiter hier nach luigi zu seinem strip club ab jetzt auf geht's wir ziehen durch hier mit gta 3 pump action thriller das war ein kurzes gespräch ja hört sich auf einer vielversprechende mission an so war ein kurzes gespräch ich denke mal wir genau klauen uns mal eben schnell das auto hier bleibt stehen bleibt stehen bleibt stehen so eine knarre haben wir ja noch von der letzten mission shit ja perfekt die cops sind an überall wo sie gerade sind wo sie mich erwischen können so ach guck mal wir müssen jemandem hinterher folgen ja das hört sich doch schon mal gut an hoffentlich kriegen wir von dem auch vielleicht eine pump oder so und da ist diese geile karre wovon ich gesprochen habe wo hat drei stück direkt kommt steigt mal aus aus einer karre juch jo jetzt bin ich tot ha 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 was ist mit ihm denn los was für eine knarre hatte der denn scheiße ach auf ein neues jawohl den ersten haben wir schon mal wo der hat eine pump kann oh kacke der hat mich aber richtig aufs gefecht gesetzt alter junge ist die pump ganz stark ja jetzt habe ich den salat scheiße haben wir sie trotzdem vielleicht geschafft die mission auch wenn ich rot gegangen bin ich glaube nicht wir werden es herausfinden der bullenball wir haben die mission doch geschafft ehre die polizistische ball ist in die o-school-halle in der kalleham-brüche und sie werden schauen für eine o-school-Aktion jetzt habe ich Mädchen all over town walken die Straße holt sie auf den ball, sie werden eine Bündel machen holt so viele von ihnen wie du kannst bevor die Körpers trinken sie grün boah diese jobs von luigi sind aber auch richtig 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 gewöhnungsbedürftig sagen wir es mal so so jetzt die weibe abholen mit dem taxi das machen wir doch gerne spielen wir mal ein bisschen taxifahrer hier ach du scheiße aber so bestimmt nicht komm ran da komm rein da gut dass wir auch in vier sitze haben aber zeit die läuft ja gut mit polizeistation perfekt aussteigen ladies sehr geil drei stück dann holen wir jetzt letzte nochmal ab sehr gut einsteigen dein persönlicher taxifahrer da habe ich nicht irgendwas vorhin mit vier girls gelesen ok dann wird die zeit doch jetzt ein bisschen knapp komm einsteigen schnell ich habe keine Zeit mehr die taxifahrer haben nie Zeit komm einsteigen ganz schnell ne das schaffe ich nicht mehr komm schnell einsteigen jetzt turbo jetzt in turbo einschalten ach mission erfüllt ok haben wir es doch ich habe nichts gesagt ich habe doch irgendwas glaube ich mit vier ladies gehört hey was steigt ihr denn aus ich wollte euch noch was wollte ich denn machen mit euch ich wollte euch noch einladen ok weiter geht es zur nächsten mission der geldtransporter das hört sich ganz geil an ok all right we're gonna hit the payroll van it leaves the edge of chinatown everyday bullets won't even dent the van's armor so get a car and ram it off the road now hit it hard and the punk ass security guards should bail and take it to the warehouse at the docks and my guys are gonna take over from there now it won't be doing its rounds all day so don't hang around auf jeden fall immer sehr sehr geile mission äh und da wo wir gerade so einen transporter rammen müssen ist doch ein lkw sehr sehr gut so da haben wir schon mal den schadensbalken wie viel wir dem transporter zufügen müssen damit die leute von den geldtransporter aussteigen und erstmal aufsuchen wo der geldtransporter ist ach da ist er doch schon gar nicht so weit weg da ist er doch schon oh das ist aber ordentlich scheiße cop habe ich auch schon jawohl komm noch ein bisschen scheiße jetzt habe ich die cops wirklich am hals zwei cops das wird ja eine mission jetzt hier schon wieder ich muss den ja nur hinterher haben oh kacke ja jetzt würde ich weg gehen lauf junge lauf ach schade mission fehlgeschlagen digga was ist jetzt hier los ach außer gefecht wo ist er denn jetzt ach wir können ihn nehmen sehr gut schade 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 Ich war den Transporter zur Garage, so. Endlich sitze ich mal nach gefühlten 5 fähig schlagenden Missionen in diesem scheiß Transporter. So, die nächsten Cops warten hier wieder auf mich, aber die können mir ja eh nichts anhaben, weil der Transporter schusssicher ist. Deswegen macht mir das jetzt nichts. Ich muss den einfach nur ganz gechillt in die Garage parken. Zwei Sterne haben wir schon. Ich hoffe, das bleibt noch erstmal zwei. Jawohl, ganz easy jetzt hier. Auch rein damit. Raus aus dem Fahrzeug. Und das war's hoffentlich. Bitte. Lass es zu Ende sein. 20.000 Cash. Ehre. Easy peasy. Och, das waren Missionen. Ey, holy moly. Die von Joel und von dem einen. Aha, was haben wir diesmal? Helburo bietet dir eine Chance über den öffentlichen Fernsprecher in Hepburns Heights. Erfährst du Näheres. Okay. Äh, dann haben wir da eine neue Mission. Auf geht's, ab geht's. Wir wollen wieder den neuen Job starten. Kryptriance Chauffeur. Okay. Sie purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's. All right. Now, listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washing women ain't paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Aha. Geile Musik. So eine Opa-Musik. Und ich mag auch diesen Wagen hier. Der ist richtig schnell. Er sieht einfach geil aus. Und am besten machen wir das so, dass da kein Kratzer dran kommt. Weil ich meine, die Autos, die gehen ganz schnell in Flammen auf. So, erstmal ab in die Wäscherei. Der Wagen ist frisch repariert. Hä? Ah. Okay. Ja, das war mir schon klar. Das war mir schon klar. Okay. Doch, dass die so bewaffnet sind, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber diese Musik, die flasht mich einfach. Sowas höre ich echt selten. Mit der Wäscherei war wohl nix. Oh Gott, sollen wir lieber mal das Radio wechseln? Oh, da ist es schon. Hey, von der Straße, Kumpel. 3.000 Cash, nehme ich gerne mit. Okay, wo wir gerade dabei sind, denke ich mal fangen wir da direkt die Mission an. Oh, der Walkman wieder. Die Uzi ist jetzt in einem Ammonation-Laden verfügbar. Ehre. Dann werde ich wahrscheinlich die Uzi mal eben schnappen, weil ich weiß nicht, was die nächste Mission sein wird. Wir sehen uns gleich wieder. Die Uzi ist gekauft, ab geht's, auf geht's. Nächste Mission, schmutzige Wäsche. Ja. Ja. Entschuldigung, Mann. Ja, Mann. Ich will, Sie zuerst ihre Lädenverbande und zuerst einigen Triad-Demp, das in den Weg kommt. 8-Ball kann Sie mit dem, was Sie brauchen. Mit 8-Ball haben wir auch schon die Bekanntschaft gemacht. Da setzen wir wahrscheinlich einmal kurz das Auto in die Garage, platzieren eine Bombe da drin und fertig ist es. So, bleibt mal stehen. Oh ja, ja. Jetzt, das sieht doch schon mal gut aus. Jawoll. Nein, komm nicht zu mir. Ich hab nichts gemacht, ich hab keine Waffe dabei. So, erste ist schon mal zerstört, da kommt ja schon der zweite. Jawoll. Der nächste ist down. Ach, guck mal, der nächste ist doch gleich in der Nähe. Das ist unser letzter. Ah, easy. Das war ja eine geile Mission. Endlich war eine geile Mission. 20.000 Cash nehmen wir uns natürlich auf. Oh, wo wir gerade in der Nähe sind. Wir fahren doch direkt mal nach Joey's Werkstatt. Ab geht's, nächste Mission. Der tote Passagier. Aber mit Vergnügen, Joey. Das machen wir doch gerne. Einsteigen. Die Furelli-Brüder. Ausschalten. Bring ihn zu der Schrottpresse. Ah, so. So ist das. Die verfolgen mich. Die wollen also nicht, dass ich das Auto in eine Schrottpresse packe. Okay. Geht aber so geschehen. Park in der markierten Zone. Raus aus dem Fahrzeug. Ja, sonst werden wir hinterher mitgeschleppt. Und tschüssi. Tschüssi Kowski. Ab in die Schrottpresse. War eh ein Drecksauto. Hat sich kaum gut fahren lassen. Ab in die Schrottpresse. Ab in die Schrottpresse. Klappe zu. Affe tot. Knack. Ratsch. Knack, knack. 10.000 für ein Autozer-Dreschen-Ehre. Das macht man auch gerne. Das würde ich dann auch gerne machen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum neuen Job. Der Geldbote. Perfekt. Wäscherei hat bezahlt. Genau. Die Triaden waren das. Das muss ich mir merken. So. Äh. Was haben wir denn hier für eine Karre? Nehmen wir die hier. Die sieht noch ein bisschen besser aus. Ach hier in die Sackkasse rein. Oder in den engen Grat hier. Ach. Da ist doch die. Äh. Die Geldbörse. Mit unserem Geld drin. Oh shit. Da fahre ich einfach mit dem Auto durch. Passt schon. Das ist eine Falle. Oh no. Ey. Die haben ja alle nur einen Baseballschläger in der Hand. Dann kann ich da die ja easy umfahren hier. Einfach eine Falle. Hat jemand eine Knarre vielleicht dabei? Für mich? Ich könnte gut eine gebrauchen. Oh. Einer sitzt da drin. Das ist nicht so geil. Ach ja. Perfekt. Oh. Ne. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Willst du deine Knarre? Jawoll. Bring das Geld zu Toni. Gerne. Die Waffen nehmen wir natürlich auch noch mit. Er läuft noch hier bei uns. Also die Missionen laufen wie am Schnürchen. Nicht wie in der letzten Folge. Immer fehlgeschlagene Missionen hier. Die laufen echt sehr gut. 10.000 Cash. Nehmen wir auch gerne mit. Haben wir ein bisschen das Gehalt von der Wäscherei da gekriegt. Okay. Dann. Auf geht's wieder. Toni. Du bist mein Mann. Ab geht's. Das Treffen bei Salvatore. Ich schwöre, der Junge, Marc, nicht mehr gehen. Don Salvatore hat ein Gespräch. Ich brauche, dass du eine Limo und sein Junge Joey aus der Garage bekommst. Dann bekommst du Luigi aus seinem Club. Komm zurück hier und holst mich. Dann werden wir alle zusammen mit dem Bossen fahren. Die Triads, die wissen nicht, wann zu stoppen. Wenn sie eine Krieg wollen, dann haben sie eine Krieg. Jetzt geht's. Na gut, spielen wir also wie der Taxifahrer. Brauchen wir vier Sitzer. Da haben wir sie doch schon. Ah, okay. Machen wir es so. Bring it off, man. Bring it off, man. Oh, sehr schick alle angezogen. So, dann holen wir den Tony auch nochmal ab. Ma, der steht schon bereit. Sehr geil. So ein bisschen beeilen kannst du dich schon, Dickerchen. So viel Zeit habe ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich spiele ja gerne für, so wie Taxifahrer. Oh, shit, die Triaden. Nein. Oh, no. Alter, drei Stück. Was ist das denn? Ah, stimmt. Tatsächlich. Oh. Ja, genau. Oh, die haben zugemacht. Da. Fuck. Ja, wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Ja, das war's. Das war's dann komplett hier. Oh, ja. Das war's. Ja, besser ging's doch nicht. Ihr müsst leider mal eben schon ein bisschen warten. Ich muss die mal eben da oben abknallen, alle. Hä, das hilft gar nicht von hier aus. Vielleicht wenigstens ein Auto. Jawoll. Sehr geil, so wollte ich's doch. Ja, da kommen wir, glaub ich, durch. Da könnten wir durchpassen. Ah, scheiß, da steht noch einer auf. Ich knallt der mich nicht ab. Come on, come on. Bitte, bitte, bitte. Bitte lasst mich da rein. Wo soll ich parken? Da soll ich parken. Oh, haben wir's geschafft? Wir haben's geschafft, bitte. Wir haben's geschafft. Ein Glück. Wir haben's geschafft. Ein Glück. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been a way too long. You tell them, once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? Yeah, I'm just fine. It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey. Your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Ferenzi. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now, listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Don Salvatore. Na, das hört sich doch sehr gut an. Salvatore. Don Salvatore. Wir sind in seiner Villa angekommen. Geil. Der hat auch wieder weitere Missionen für uns. Wie es aussieht, glaube ich, auch nur im Moment die letzte oder die erste hier. Außer das Telefon ist noch unten auf der Karte zu sehen. Aber ich denke mal, wir machen das dann in der nächsten Folge. Entweder machen wir hier bei dem Don weiter, Don Salvatore oder eventuell beim Telefon, weil ich ja noch speichern muss. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Wenn du Bock hast, weiter GTA mit mir durchzocken und durchzugucken, würde mich natürlich freuen, wenn du ein kostenloses Abo dalässt, natürlich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Oder wenn du natürlich neu bist, ist auf jeden Fall ein guter Start dafür. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Tschö mit ÖV. Haut rein. Euer Moreno.